Ich wurde von dem Blumenmann von Tobias Koch mit auserwählt, kann ich ja fast schon sagen, an der Challenge teilzunehmen Flower Bowl. Das ist natürlich für mich sehr, sehr schwierig. Er hat auch die großen Floristen alle nominiert und da kann ich natürlich überhaupt gar nicht mithalten. Ich wollte eigentlich auch nicht mitmachen, weil ich wollte auch nichts rankaufen, aber ich finde das dann auch ein bisschen feige. Und wenn man dann schon gefragt wird, sollte man das eigentlich auch tun. Ich habe mir jetzt überlegt, ich wollte dem Grundsatz treu bleiben, ich nehme nur das, was ich habe. Bin mal so durch die Wohnung gegangen, habe überall geguckt, habe diesen Ball gefunden. Das heißt ja nicht, ich muss den Ball selber machen, ich soll ja nur einen Ball kreieren. Ich habe ein Fell, habe ein bisschen Kunstpflanzen, ein bisschen echte Kiefer und habe gedacht, daraus könnte ich vielleicht was machen. Ich will das mal versuchen und dann mal gucken, was ihr dann dazu sagt. So, das Ganze soll ja ein bisschen winterlich werden, finde ich jedenfalls und es soll ja auch noch in meine Wohnung passen. Wenn ich dann schon was mache, will ich das auch selbst behalten, ich kann das ja nicht verkaufen. Ich nehme jetzt diese Meterware-Fan, die ist so breit, das ist mir zu breit, ich lege die also zusammen. Und mache die jetzt hier in der Mitte einmal so rum. Ich will auch überhaupt nichts abschneiden. Ich werde das jetzt hier mit diesen Ziernadeln festmachen. Das habe ich jetzt nicht sauber und ordentlich gemacht, das muss ich nochmal machen. Und ja auch nicht ganz so doll pfuschen. Also nur nochmal wirklich zum Klarstellen. Ich mache nur mit, weil ja, wenn ich gefragt werde, finde ich das nicht schön zu sagen, löbel ich nicht. Ich habe nichts oder so. Dass ich hier völlig aus dem Rennen bin, ist mir schon klar. Aber kommt man auch mal durch sowas auf eine Idee. Ich hätte sonst überhaupt nicht die Tee gehabt, im Moment was mit einer Kugel zu machen. Also ist das auch schön. So. So, das mache ich hier oben auch nochmal fest. Und schon ist mein Grundgerüst fertig. Und ich werde jetzt von hier oben nochmal ein bisschen was mit Tanne und so runterlaufen lassen. Ja, als nächstes werde ich jetzt hier mal diesen künstlichen Tannenzweig hier einfügen. Und auch den will ich nicht abschneiden. Den versuche ich jetzt mal hier durchzukriegen. Dass man den nur festklemmt. Und ansonsten gar nichts. Und so klappt das dann auch. Mehr oder weniger jedenfalls. Dann können wir hier nochmal von diesen echten Kiefern. Dann werde ich jetzt mal einfach ein Stück Draht. Und wie gesagt, ich hätte auch tausend andere Ideen noch. Nur kein Material. Folgedessen muss das so gehen. Das werde ich jetzt mit dem Draht hier auch festmachen. Es ist immer nicht so einfach, dass es wieder auszuschieben wird. Es ist immer nicht so einfach, dass es wieder auszuschieben wird. Das ist fast ein bisschen viel. So, und dann habe ich ja... Ich sage ja, mein Tisch ist zu klein. Diese Knospen, die möchte ich da auch noch reintun. Mal gucken, wie das so funktioniert. Ich muss das mal von mir sehen. So, ich habe hier noch so ein Zapfen. Gedöns hier, was ich da noch mit reinbringen werde. Aber dazu werde ich jetzt erst mal hier oben, wo man jetzt auf der Seite könnte das sehen. Das möchte ich natürlich auch nicht, dass man das sieht. Da habe ich ja noch ein paar Talenzweige, die ich da hinschieben kann. Dann machen wir das mal hier oben, wo man das sieht. Da würde ich mit ihm... Ich glaube, dass das mal ganz schön ist. Ich mache es dann Dana. Ich mache es jetzt mal hier oben, wo man das屋st. Jetzt da wird es hier oben. Ich mache es hier oben. Also, ich mache es hier oben. Ich mache es hier oben. Und dann schieze auf das hier oben. Jetzt sieht man das da auch nicht mehr. Ich muss noch mal einmal gucken, dass ich hier auch noch mal ein bisschen... Der Schere macht das überhaupt gar nicht. Ich neige immer dazu, die Gartenschere für alles zu nehmen, aber die dankt es mir nicht. Dann habe ich mir gedacht, bevor ich das jetzt rein mache, dass ich eine Lichterkette noch einbringe. Und eigentlich wollte ich die... Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt hier vorne runterlaufen lassen soll, aber ich glaube, ich werde sie da rein stopfen. Das versuche ich jetzt mal. Das zeige ich euch dann gleich, wenn ich die an Wörter und da drin habe, ob das gut aussieht. So, ich habe jetzt die Lichterkette da reingehängt. Das sind so kleine Schneeflocken. Und habe hier an der Seite, weil ich das ja doppelt gelegt habe, konnte ich das da den Kasten da rein machen. Um das an und aus zu machen, dass der Kasten verdeckt ist. Jetzt habe ich hier noch so eine Ranke. Die möchte ich auch ganz gerne rein haben. So eine Zapfenranke. Jetzt muss ich mal gucken. Alles, was ich jetzt hier rein gemacht habe, war schon vorhanden. Alles, was ich hier rein gemacht habe, benutze ich wieder. Ich habe nichts dazu gekauft. Das mögt ihr bitte bedenken, wenn ihr euch das Ganze anguckt. Und ich konnte das nicht lange planen, weil Tobias hat uns ja nur sieben Tage Zeit gegeben. Und das ist für mich einfach hier auf dem Dorf ein bisschen schlecht. Wie gesagt, ich habe ja nur meinen eigenen Fundus. Aber ich denke mal, so ist das, glaube ich, sehr schön. Den können wir da auch noch rein machen. So, nochmal zu dieser Seite ein bisschen. Und ich glaube, das ist ganz hübsch geworden. Ja, so kommt man manchmal mal auf Ideen, die man sonst gar nicht hätte. Ja, also vielen Dank, Tobias, dass du sowas machst. Sonst hätte ich, glaube ich, nie sowas getan. Ja, und dann, wenn es euch gefällt, Daumen hoch wäre ganz schön. Würde ich mich ganz doll freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank.